Hallo und herzlich willkommen an der Konrad-Adenauer-Schule. Ich bin Lawen. Und ich bin Michelle. Heute bringen wir euch den Club-Song bei. Also lasst uns anfangen. Erstmal klatschen wir zweimal in die Hände. Eins, zwei. Dann schlagen wir rechts, links, rechts auf den Tisch. Das wiederholen wir jetzt nochmal. Klatsch, klatsch, rechts, links, rechts. Jetzt macht Michelle weiter. Nachdem wir klatsch, klatsch, rechts, links, rechts gemacht haben, klatschen wir nochmal in die Hand. Nehmen die Hand auf den Becher. Zur Seite. Jetzt wiederholen wir das nochmal. Klatsch, 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 klatsch. Auf die Seite. Jetzt mache ich weiter. Wir wiederholen das nochmal, dass sich das alles in eurem Kopf einbringt. Eins, zwei. Rechts, links, rechts. Klatschen, Hand auf den Becher, auf die Seite. Nachdem wir das gemacht haben, klatschen wir noch einmal die Hand. Die Hand an die Außenfläche von dem Becher. Wir nehmen es so und drücken dann einmal hier so drauf. Das wiederholen wir jetzt nochmal. Eins, zwei, drei. Klatsch, klatsch, rechts, links, rechts. Klatsch, Hand drauf, auf die Seite, klatschen, an die Seite und dann drauf. So, jetzt macht Michelle weiter. Wiederholen wir das nochmal, dass wir es gleich reingeprägt haben. Auf die Seite, klatschen, an die Seite. Nachdem wir Loch gemacht haben, nehmen wir die Kante vom Becher und schlagen den auf den Tisch. Dann nehmen wir den Becher, drehen den um mit der anderen Hand. Dann gebe ich weiter an Larin. Also, dass ihr das hier sehen könnt. Also, wir zeigen es jetzt euch oder wo ihr gerade seid, könnt ihr das hier sehen. Dann nehmen wir die Hand so. Die Hand kommt dann so, also auf den Tisch gelegt und dann den Becher auf die Seite. Das wiederholen wir jetzt nochmal und dann zeigen wir euch, wie der Song auch noch dazu geht. Weil, wenn ihr euch das halt beides gleichzeitig macht, dann könnt ihr euch das auch viel besser einprägen. Drei, zwei, eins. Klatsch, klatsch, rechts, links, rechts. Klatsch, Hand drauf, auf die Seite, in die Hand klatschen, an die Seite. Drauf drücken, dann ein bisschen Platz lassen, so, also so, dann auf die andere Hand, Hand drauf und auf die Seite. Jetzt zeigen wir euch, wie der Song geht. I got my ticket for the long way round. Two buns of whiskey for the way. And I sure would like some sweet company. And I'm leaving tomorrow, what do you say? When I'm gone, when I'm gone, you're gonna miss me when I'm gone. You're gonna miss me kind of where, oh, miss me everywhere, oh. You're gonna miss me when I'm gone. I got my ticket for the long way round. Two buns of whiskey for the way. And I sure would like some sweet company. And I'm leaving tomorrow, what do you say? So, das war's schon wieder und wiederholt das nochmal und keine Angst, wenn ihr es nicht am ersten Tag hingekriegt habt. Wiederholt das und ja. Viel Spaß. Dann wünschen wir es. Tschüss. 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 I got my ticket for the long way round. Two buns of whiskey for the way. And I sure would like some sweet company. And I'm leaving tomorrow, what do you say? Tschüss. Noticias an to behaviors. BOMBS. SONG. Bye. Bye bye. Untertitelung des ZDF, 2020